Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter-Agentur mit dem Schwerpunkt auf Erstellung wissenschaftlicher Texte. Heute mit dem Thema GWriters und unsere Rolle als Ghostwriter-Agentur. Wir schauen uns dazu einmal die einzelnen Schritte eines Ghostwriter-Auftrages an und ich erkläre euch dazu, was unsere Leistung dabei ist, die teilweise auch im Hintergrund stattfindet. Vor der Auftragserteilung werden noch alle individuellen Anforderungen an den Auftrag erfasst und entsprechend zusammengestellt, damit wir daraufhin akademische Experten und Ghostwriter für euren Auftrag kontaktieren können. Mit diesen vereinbaren wir schon einmal pro Forma Teillieferungen, das Honorar und alle Rahmenbedingungen zu dem Auftrag. Mit diesen Informationen können wir euch dann ein unverbindliches Angebot erstellen und sobald ihr diesem Angebot zusagt, wird der Projektbetreuer mit euch zusammen das Auftragsbriefing für den Ghostwriter erfassen. Ihr bekommt dabei tatkräftige Unterstützung, da das Auftragsbriefing tatsächlich die Grundlage für den gesamten Ghostwriter-Auftrag darstellt. Als nächstes geht es dann über in den eigentlichen Schreibprozess. Wie bereits erwähnt, bekommt ihr einen geschulten Projektbetreuer zur Seite gestellt, wer sich um die gesamte Organisation und um eure Betreuung kümmert. Dieser schaut auch darauf, dass wirklich alle Vereinbarungen eingehalten werden, stellt eine anonyme Kommunikation mit euch und eurem Ghostwriter sicher, stellt sicher, dass ihr die Möglichkeit habt, mit eurem Ghostwriter per E-Mail, per Telefon oder auch per Skype zu kommunizieren und gibt euch auch über diese Kanäle entsprechenden Support bei Rückfragen und bei weiteren Anmerkungen. Weiterhin führen wir kontinuierliche Qualitätskontrollen durch und geben euch mit entsprechenden Teillieferungen immer wieder einen Einblick in den aktuellen Schreibprozess. Dabei garantieren wir einen diskreten Ablauf und stellen sicher, dass keine Daten von euch an Dritte weitergegeben werden. Auf den Schreibprozess, den eigentlichen Erfolg, dann im letzten Schritt der Feinschliff, wo nochmal ein finales Lektorat im Vier-Augen-Prinzip durchgeführt wird, sodass ihr auch sicher sein könnt, dass die Arbeit Qualität hat. Die kostenlosen finalen Feedback-Schleifen werden noch einmal eingearbeitet. Das heißt, ihr gebt uns noch einmal Anmerkungen zu dem Auftrag, die wir gegebenenfalls noch einmal durch den Ghostwriter einarbeiten lassen und es folgt eine Plagiatsprüfung, sodass ihr sicher sein könnt, auch wirklich ein Unikat zu erhalten. Mit der finalen Lieferung erhaltet ihr also wirklich einen hochwertigen wissenschaftlichen Text, welcher plagiatsfrei ist und da wir auf Diskretion setzen, werden auch alle Kunden- und Auftrags gelöscht. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit einmal näher bringen, was unsere Rolle als Ghostwriter-Agentur tatsächlich ist und welche Leistungen wir euch bieten und freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank!